Hallo und willkommen zu einer weiteren Late-Nerd-Show. Und wieder haben wir einen ganzen Stapel an nerdigen Produkten für euch, die wir besprechen und vielleicht auch empfehlen wollen. Mein Co-Moderator und Besitzer der Sendung, Prof. Dr. 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 Heinz Feserli, hat sich heute in einen schicken Fummel geschmissen und ist dabei irgendwie auch größer und sauberer geworden. Aber sein Outfit passt zum Thema, denn heute geht es unter anderem um Sorge dich nicht, Biene. Einen Lebensberater, der sich die eine Hälfte seiner Zitate aus Star Wars ausgesucht hat und den anderen aus Star Trek. Eine Mischung bei der Uniform hätte scheiße ausgesehen. Belassen wir es einfach dabei. Ansonsten haben wir diesmal in puncto Superhelden-Comic für euch Batman, die Nacht der Eulen, also eine ganze Reihe von Bänden. Das ist nämlich ein übergreifender Zyklus gewesen. In Sachen Rollenspiel gibt es mal wieder das Schwarze Auge und zwar mit Sturm geboren gleich einen richtig fetten Abenteuerband. Und zu guter Letzt gibt es noch Die Druiden. Ein Comic, der zur Zeit der Christianisierung auf den britischen Inseln spielt. Wir schauen mal rein, wie realistisch das Ganze getroffen ist und wie gut es aussieht. Den Anfang macht aber heute Batman, da ich hier meinen eigenen kleinen Schwarzen Ritter aus einem anderen Universum habe. Den ich jetzt ein bisschen weglegen muss, weil ich beide Hände brauche. Leider mag er irgendwie nicht mehr aufrecht stehen in der Größe. Die Nacht der Eulen ist ein Zyklus von Scott Snyder und der hat auch schon mitgeschrieben an Gates of Gotham. Das war eine kurze Geschichte zu Leuten, die Gotham mit aufgebaut haben und daher wundert es nicht, dass es auch hier wieder teils um die Vergangenheit von Batmans Heimat geht. Im Zentrum der ganzen Erzählung steht eine mysteriöse Geheimorganisation namens Rat der Eulen, die Gotham irgendwie offensichtlich seit Jahrhunderten aus dem grauen Hintergrund beherrscht und ihre eigene Riege an Attentätern hat und hin und wieder auch mal Leute entführt, um sie in einem riesigen Labyrinth unter der Stadt hinzurichten. Natürlich steht irgendwann auch Batman auf ihrer Liste von unliebsamen Leuten und deswegen gerät er mit ihnen aneinander, aber sowas ficht den dunklen Ritter auf Dauer ja nicht wirklich an. Der Höhepunkt der Erzählung ist dann ein Crossover, das wirklich alle Serien, die irgendwie mit Batman zu tun haben, beeinflusst. Das heißt, auch seine ganzen Sidekicks, Batman Incorporated und dergleichen sind betroffen, sowie auch ein bisschen die Justice League. Dieser Teil, die Nacht der Eulen, spielt tatsächlich in einer einzigen Nacht und es geht darum, dass der Rat der Eulen alle seine Attentäter losschickt und die beschäftigen sich jeweils mit einem Mitglied von der Bat Family, nenne ich sie mal, und bringt damit auch ein bisschen Hintergrund zu der Person mit, die in dem Kostüm des Attentäters steckt. Diese sogenannten Talents, also die Attentäter, stammen alle aus unterschiedlichen Zeiten aus Gotham und ich finde es ziemlich cool, wie da immer wieder ein bisschen anders die Stadt beleuchtet wird. Die haben alle eigentlich ziemlich interessante Hintergründe und mich persönlich hat dann auch irgendwie mehr interessiert, was es mit den Talents auf sich hat und welchen Hintergrund sie mitbringen, als wie der eigentliche Kampf abläuft, denn der ist ein bisschen zersplittert und teilweise sind die einzelnen Episoden auch nicht so wirklich wichtig für den Gesamtzusammenhang. Außerdem bringt die Erzählung weitere Informationen zu den Hintergründen von den eigentlichen Hauptcharakteren im neuen DC-Universum zutage, vor allen Dingen zu Dick Grayson und auch zu einem Bösewicht, nämlich zu Mr. Freeze und dessen Geschichte hat hier einen netten Twist, den mir sehr gut gefallen hat. Die ganze Story erstreckt sich über ungefähr die letzten fünf Bände, sowohl der Batman-Serie als auch der Dark Knight-Serie. In der wiederum ist Nightwing mit drin und da kann man auch vorher schon anfangen zu lesen, denn die Story wird da ein bisschen vorbereitet mit dem eigentlichen Hintergrund von Dick Grayson. Außerdem gibt es noch diesen Sammelband zu Nacht der Eulen, der noch andere Serien mit aufnimmt und die ganzen Sidekicks und Nebenfiguren antreten lässt. Es wird auch noch ein bisschen weitergehen, denn es gibt nach der eigentlichen Nacht der Eulen noch eine Art Aftermath und da das noch einen neuen Bösewicht mitbringen wird, bin ich ziemlich gespannt, was Scott Snyder da noch alles für uns in petto hat. Abgesehen davon hat er angekündigt, dass die Nacht der Eulen nur der erste Teil einer Gotham-Trilogie werden wird, das heißt, ich denke, es wird in dem Stil auch noch weiterhin neue Bände geben. Insgesamt hat mir das sehr gut gefallen, einfach weil es Gotham anfassbarer macht. Es hat auch exakt die richtige Stimmung, die ich mit Batman verbinde, also durchaus auch düster und dramatisch und ein bisschen mysteriös, aber durchaus auch mit menschlichen Zwischentönen. Insgesamt möchte ich der ganzen Nacht der Eulen, so wie sie bisher in Deutschland veröffentlicht ist, acht von zehn möglichen Punkten geben, aber ich muss dazu zwei Dinge sagen, nämlich erstens, die einzelnen Episoden können schon stark schwanken, was die Qualität angeht, und zweitens, es ist eine echte Anschaffung, das ganze Ding im Regal stehen zu haben. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Phase in Zukunft als Klassiker gehandelt werden könnte, das heißt, wer sich Batman-Fan nennt, sollte schon mal überlegen, ob er es haben möchte. Sorge dich nicht, lebe, den Dauerbrenner kennt ja eigentlich jeder. Wir haben hier Sorge dich nicht, beame, ein Lebenshilfebuch von und für Fans von Star Trek und Star Wars. Die Autoren sind nämlich Fans von beiden und hoffen, dass der Grabenkrieg, möglicherweise mit Hilfe von George Takei, endlich beigelegt wird. Das klingt nach einem total bescheuerten Konzept und ja, so wirklich ernst gemeint ist das Buch natürlich nicht. Auf 230 Seiten werden hier Tipps zu allen Lebenslagen gegeben, Liebe, Essen, Politik, Karriere, Stil, und dann werden natürlich Beispiele aus den beiden großen Star-Universen herangezogen. Was würde Han Solo tun, um Frauen aufzugabeln? Und was Kirk? Wie geht Riker an seine Karriere heran und wie ein Emperor Palpatine? Und wie können wir uns an ihn orientieren oder eben besser nicht? Das ist eine putzige Idee und die Autoren bringen auch eine Menge authentisches Fachwissen mit ein, Außerdem ist es niedlich und unterhaltsam illustriert. Aber ist das auch wirklich nützlich? Natürlich nicht. Aber ich denke, dass jemand mit gesundem Menschenverstand auch auf eine Vorlage wie Sorge dich nicht, lebe, verzichten könnte. Die Alltagstipps, die sich aus den Science-Fiction-Space-Opera-Vorlagen ziehen lassen, sind doch arg begrenzt und lassen sich auf wenige Punkte zusammenziehen. Kenzie Riker? Seien Sie wie der in der Karriere, nur mit mehr Ehrgeiz. Kenzie Palpatine? Seien Sie nicht so. Und Kirk? Wenn Sie nicht allein sterben wollen, auch nicht zu empfehlen. Bei den restlichen Parallelen beschränkt sich das Buch auf kleine Aufsätze wie zum Thema Musik im Star-Wars-Universum und man hat das Gefühl, hier wollte halt ein Fan seine Gedanken teilen und am Ende bekommt das Ganze noch ein Ach ja, wenn Sie das genauso sehen wie Jabba, sind Sie musikalisch eher ein Star-Wars-Typ aufgeklatscht, damit die Prämisse des Buchs erfüllt wird. Aber wie gesagt, wer hier wirklich nützliche Tipps erwartet, der kommt sowieso von einem anderen Planeten. Das Büchlein dient natürlich allein der Unterhaltung, um es doch durchweg gut zu lesen und voll von Selbstironie. Besonders empfehlenswert ist der Abschnitt über Politik, in dem der verwirrte Wähler anhand von Nerdfragen bestimmen kann, wo er sein Kreuz machen soll. Da gibt es dann Meinungen zur Auswahl, wie hier zum Thema Steuern. Die Handelsföderation protestiert gegen die Besteuerung ihrer Schiffsrouten. Ihre Meinung? A. Damit muss man vorsichtig sein. Es könnte den Handel eindämmen. B. Ganz schlechte Sache. Mein Freund Vizekönig Gunray hat sich schon bei mir darüber beschwert. C. Die Einnahmen könnte man verwenden, um alternative, umweltfreundlichere Raumschiffantriebe zu entwickeln. D. Ich bin entschieden dagegen. E. Eine sehr gute Idee. Wer so viel Geld hat wie diese reichen Händler, sollte sowieso mehr Steuern zahlen. Außerdem stehe ich natürlich auf der Seite der armen Bürger von Naboo. F. Sorry, was? Hab nicht zugehört. G. Man sollte die Steuer nur für die Froschgesichte einführen, die menschlichen Händlern die Geschäfte vor der Nase wegschnappen. Und so geht's noch einige Seiten weiter. Für mich das absolute Highlight im Buch. Ansonsten wird ziemlich oft der Satz bemüht, im wahren Leben wird niemand sie dafür in einen Reaktorschacht werfen, ihnen Arm und Beine abschlagen, sie dazu zwingen, Jünglinge zu töten, aber machen sie's trotzdem nicht, was sich irgendwann dann doch totläuft. Wir haben auch die beiden Autoren Andrea Bottlinger und Christian Humberg zum Interview geladen, nicht ganz direkt hier im Studio, aber immerhin, und sie ein paar Sachen zu dem Buch gefragt. Meine erste Frage wäre zum Beispiel, wie ernst ist das eigentlich gemeint? In erster Linie soll das Buch unterhalten, wie so ziemlich jedes Buch in erster Linie unterhalten soll. Und wenn man sich mit einem so eindeutigen Geekthema befasst, wie den Star-Universen, also Star Wars und Star Trek, ist die Zielgruppe derer, die das für wirklich, wirklich ernst nehmen würden, doch recht überschaubar. Um sich verkaufen zu können, muss so ein Buch in erster Linie Spaß machen. Nicht nur den Leuten, die sich total damit auskennen, wie beispielsweise Andrea und mir, sondern auch den Gelegenheitslesern, die einfach nur Lust auf ein lustiges Buch haben. Gibt es denn über die Zitate aus Star Trek und Star Wars hinaus auch Anspielungen auf andere Serien? Lernen wir zum Beispiel von Sheridan, wie man mit fremden Kulturen umgeht? Also wir gehen teilweise darüber hinaus. Jedes Kapitel wird von einem Zwischenspiel abgeschlossen, wo wir auch manchmal andere Universen behandeln. Aber im Großen und Ganzen konzentrieren wir uns auf Star Wars und Star Trek. Kann man das Buch denn auch als Nicht-Nerd lesen und es trotzdem verstehen? Also man sollte schon zumindest Star Wars oder Star Trek kennen, aber man muss kein totaler Nerd sein, als es reicht, wenn man es mal gesehen hat. Ich glaube, man kann damit was anfangen. Natürlich hilft es, wenn man weiß, wer Captain Kirk und wer Prinzessin Lea sind, aber das sind solche Ikonen der Popkultur. Ich glaube nicht, dass wirklich viele Leute gar nicht mit den Namen anfangen können. Von daher ist das Buch meiner Meinung nach durchaus zugänglich, auch für Nicht-Nerds. Man sollte vielleicht ein gewisses Fable für die Thematik mitbringen, dann hat man mehr Spaß dran, aber lesen kann man es immer. Und wer den Text so gar nicht versteht, kann sich immer noch an Martin Freis wunderbaren Illustrationen erfreuen. Das ist ja auch was wert. Wird es von euch denn auch noch andere Geek-Lebenshilfen geben, zum Beispiel Basteln mit Wookies oder Finanztipps von Palpatine? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was Wookies basteln, aber das Geek-Autoren-Dasein geht mit Sicherheit weiter. Sowohl Andrea als auch ich sind fleißig an neuen Projekten dran. Wir wollen nicht ausschließen, dass bald auch mal wieder eins in die Richtung dieses Buches geht, aber das ist alles noch nicht spruchreif. Vielen Dank für das Interview. Also, auch wenn das Buch versucht, Sachen zu erklären, die wirklich besonders nerdig sind, richtet es sich schon einen Vollblut-Nerds, für die es die perfekte Klo-Lektüre ist. Und das ist jetzt wirklich nicht abwertend gemeint. Sieben von zehn möglichen Punkten möchte ich dafür geben. Unser DSA-Thema der Woche ist Sturmgeboren. Das klingt für Skyrim-Fans jetzt nach einem Nachnamen aus Himmelsrand und tatsächlich erwartet uns hier ein Abenteuer im Norden Aventuriens. Genauer gesagt eine Kampagne, denn mit Sturmgeboren erwartet uns ein 180 Seitenband mit einer Fülle von Abenteuern und Szenarien. In der Ebene nordöstlich des Neunaugensees soll eine neue Siedlung entstehen. Die Helden lassen sich von den Adelsfamilien anheuern, bei diesem Projekt mitzuhelfen, begleiten die Siedler von Donnerbach aus nach Osten, helfen beim Aufbau der Siedlung, verteidigen sie gegen alle möglichen Gefahren und werden schließlich zu Lokalhelden mit einem eigenen Fleckchen Land in dem neuen Dorf. Das Ganze richtet sich an niedrigstufige Helden, aber an erfahrene Meister und Spieler. Ich habe ehrlich gesagt schon mit der Grundprämisse ein Problem. Zugegeben, die Hardorper-Ebene ist tatsächlich ziemlich leer, aber es ist trotzdem unmöglich, mehr als 50 Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt zu sein. So richtiges Pionierfeeling kommt da nie auf, weil man ganz genau weiß, dass man es in relativ kurzer Zeit zur nächsten Siedlung schaffen kann. Aventurien ist für meinen Geschmack schlicht mal wieder zu klein für ein solches Unterfangen und die Autoren scheinen das nicht ganz wahrhaben zu wollen. So sollen die Helden für eine Strecke mehrere Tage brauchen, die laut offiziellen Karten nur 10 Kilometer lang ist und auf der eine befestigte Straße schnurstracks verläuft. Die im Abenteuer abgedruckte Karte hat dann auch passenderweise keinen Maßstab. Aber das sind Kinkerlitzchen. Wenn wir ein Abenteuer besprechen, geht es uns ja in erster Linie darum, ob es Spaß macht. Ich bin kein Freund von Simulationen und hatte schon befürchtet, hier endlose Tabellen vorzufinden, die irgendwas mit der Qualität von Bauholz oder der Fortpflanzungsrate von aventurischen Dorfbewohnern zu tun haben. Dem ist nicht so. Tatsächlich ist die Pionier- und Dorfgründungssache noch ca. 30 Seiten abgeschlossen und dann geht es für die Helden darum, sich den Gefahren der Ebene zu stellen, um das Dorf vor ihnen zu schützen und je weiter das Abenteuer fortschreitet, desto mehr rückt auch, so kam es mir vor, das Dorf in den Hintergrund. Zunächst müssen die Helden sich für eine von drei Familien entscheiden, die sie unterstützen. Diese zerstreiten sich aber bald und so kommt es, dass die Helden in einer von zwei neuen Siedlungen landen. Auf eine dritte wird nur am Rande eingegangen. In dieser Phase geht es um Intrigen, Sabotage, die alltäglichen Gefahren bei der Ressourcenbeschaffung und Streit innerhalb der Siedlergruppe. Dann scheinen sich aber alle Fraktionen in der Ebene gegen das neue Dorf zu verschwören. Böse Feenwiesen, Goblins, die Stadt Udenberg, ja sogar das Wetter. Hauptbestandteil des Abenteuers ist tatsächlich Folgendes. Das Wetter in der Ebene wird immer katastrophaler und die Helden müssen herausfinden, warum, und stoßen dabei auf uralte goblinische wie hochelfische Magie. Denn die Gegend war einst eine Hochburg der Elfen, die im Krieg mit den kleinen Stinkern lag. Zwischendurch gilt es in Udenberg diplomatische Verhandlungen zu führen, was ich tatsächlich für den besten Teil des Abenteuers halte, denn hier gibt es Rollenspiel pur. Nicht ganz 30 Seiten später ist auch dieses Problem A gelöst und die Helden bekommen ein neues Problem B aufgetischt, das ebenfalls auf die Hochelfenzeit zurückgeht, sie an den Neunaugensee führt, etwas gruseliger ist und sie die restlichen 40 Seiten des Abenteuers beschäftigt. Problem B soll eine direkte logische Folge des Handelns der Spieler im Fall von Problem A sein. Allerdings habe ich das dringende Gefühl, dass sich die Zusammenhänge den meisten Spielgruppen nicht erschließen werden. Und das gilt für so ziemlich alle Zusammenhänge im ganzen Abenteuer. Es wird leicht zu wirken, als würde der Meister ihnen willkürlich alles Mögliche um die Ohren hauen. In unserer üblichen Lego-Darstellung sieht das dann wie folgt aus. Wir gründen eine Siedlung. Lass uns da drüben hingehen. Oh nein, Saboteure, was können die gewollt haben? Oh nein, fiese Feenwolf-Dinger, was haben die für ein Problem mit uns? Oh nein, das Wetter spinnt rum. Was soll denn das? Oh nein, Goblins! Naja, damit haben wir gerechnet. Uah, ein Elementar, WTF! Die Udenberger wollen uns hier nicht. Kann man ihnen nicht verübeln. Jetzt klären wir aber erstmal auf, was das Wetter gegen uns hat. Es hat irgendwas mit Goblins und uralten Hochelfen zu tun. Wir suchen eine uralte Höhle auf und... Oh nein, die Wandmalereien greifen uns an. Das ist mal was anderes. Wir haben das Wetter repariert. Aber... Oh nein, untote Elfengeister und Chimäern aus dem See und Leute fallen einfach um und schlafen ein. Kommt, lasst uns jede einzelne Person in der Gegend um Rat fragen. Wir folgen alten Legenden und zünden hier in diesem alten Elfenhafen Lichter wieder an und träumen von einer kaputten Hochelfe. Da, sie taucht wieder ab in den Neunaugensee. Dann haben wir sie bestimmt besiegt. Komm, lass uns in unser Dorf zurückkehren. Obwohl das hier mitten im Nichts stattgefunden hat, wird man dort bestimmt schon über diese Heldentat, dass wir hier Fackeln angezündet haben, Bescheid wissen und uns feiern wie Astronauten. Klar werden die Zusammenhänge im Abenteuer erklärt und klar sind sie auch logisch. Aber wie gesagt, behaupte ich einfach mal, dass die meisten Helden nie dahinter kommen werden. Zum Beispiel taucht eine Saboteurin auf, deren Motivationen sich den Helden aber nie erschließen werden, weil ihre Hintermänner überhaupt keine Rolle im Abenteuer spielen. Und an einer anderen Stelle schläfert eine Hochelfin einfach mal ein ganzes Dorf ein. Die Erklärung ist folgende. Um am Erlebnis der Feiernden teilzuhaben, streckte Lyrielle ihre arkanen Finger aus. Von den Dörflern unbemerkt wob sie eine Flächenvariante des hochelfischen Gedankenbilder, durch die sie deren Gefühle mitempfinden konnte. Aus Erfahrung klug geworden, nahm Lyrielle sich in diesem Seelenbündnis stark zurück, um den Emotionen der Menschen genug Raum zur Entfaltung zu lassen, und berauschte sich dann an ihn. Allerdings ließ sie außer Acht, dass sich ihre freudige Erregung trotz aller Zurückhaltung auf die Dörfler auswirken würde. Nicht nur im Salasandra, sondern auch durch ihre veränderten Körperfunktion. Ein Teil von Lyriels Haut hat mit der Zeit Eigenschaften des gelb-weißen Lotus bei Mandelier angenommen und gibt mit zunehmender Trockenheit und Glückseligkeit immer größere Mengen Lotusstaub ab. Die ohnehin schon euphorischen Winklinger atmeten den Lockstoff der Elfe ein und gerieten in einen kollektiven Rausch, der sie rasch so sehr erschöpfte, dass die ersten von ihnen bereits nach kurzer Zeit einschliefen und alle anderen im Sog des Seelenbundes mit sich rissen. Die Leute schlafen also, weil eine uralte Elfe mit ihnen feiern wollte und auch noch seltsame chemische Substanzen mit ihrer Haut abgibt, wenn sie glücklich ist und trocken. Ich bin mir relativ sicher, dass das niemand wirklich so leicht aufdecken wird. Ganze zehn Seiten an IT hinweisen können, die den Spielern zwar präsentiert werden, aber die sind nur durch teils sehr harte Recherche zu erhalten. So hat Sturmgeboren zwar einige coole Ideen und bietet teilweise auch mal was anderes, im großen Zusammenhang ergibt sich aber kein hundertprozentig überzeugendes Bild. Das gilt auch für die Illustration und den Schreibstil. Die Bilder reichen von Totalausfall bis brillant. Der Schreibstil von angenehm bis hin zu muss mich zu jedem Wort zwingen. Teils liest sich der Text, als wäre er absichtlich übertrieben sperrig formuliert, was wohl zum Weidener Lokalkolorit beitragen soll, mir aber einfach keinen Spaß macht. Und wenn mir das Abenteuer beim Lesen schon keinen Spaß macht, dann vermutlich auch nicht wirklich beim Spielen. Wie gesagt, mein Highlight und das mir als High-Fantasy-Fan war aber tatsächlich der Politikteil in Udenberg. Der wirkt glaubhaft und bietet viele rollenspieltechnische Ansätze. Zusätzlich zum Abenteuer haben die Autoren noch eine Menge Hintergrundinformationen zu den Meisterpersonen, der Region, den Gegnern und dem Aufbau einer Siedlung mit ins Buch gepackt. Insgesamt 70 Seiten. Eine weitere Regionalbeschreibung ist also wirklich nicht nötig. Sehr lobenswert. Insgesamt ist das Buch weiter von weg ein Totalausfall zu sein, aber wirklich umgehauen hat es mich auch nicht. Wegen des sperrigen Stils, wegen der etwas konfusen Handlung und wegen der insgesamt doch sehr wenigen Handlung auf so vielen Seiten gibt es insgesamt nur sechs von zehn möglichen Punkten. Die Druiden sind Comics, die zur Zeit der Christianisierung auf den britischen Inseln und in der Britannien spielen. Es ist eine Mischung aus Krimi, Horror und Fantasy, die sich großzügig bei populären Sagen der Region bedient, die natürlich größtenteils erst tausend Jahre später aufgeschrieben wurden, wie zum Beispiel die untergegangene Stadt Ys oder Avalon. Es geht um einen Druiden und seinen Schüler, die gemeinsam seltsame Todesfälle aufklären, Verschwörungen auf die Spur kommen und meistens beweisen, dass die Heiden eigentlich die Netten sind und die Christen häufig Arschlöcher. Mit dieser pseudo-verklärten Vergangenheit erinnert es ein bisschen an Marion Zimmer Bradleys Avalon-Bücher, nur mit deutlich weniger Feminismus und ein paar mehr nackten Frauen. Die Autoren schreiben sich eine Menge Recherche auf die Fahnen, was Sprachen und Sagen angeht, und dabei sind sie auch ziemlich gut. In Sachen materieller Kultur, also Kleidung, Gebäude, Waffen und dergleichen, haben sie aber eher frei fabuliert. Diese römischen Soldaten bringen zum Beispiel in einer Rüstung des ersten, spätestens zweiten Jahrhunderts das Christentum nach Schottland. Damit sind sie entweder sehr früh dran, oder sie haben sich allesamt die Ausrüstung bei ihren Uropas geliehen. Aber was soll's, so ein Comic will ja unterhalten, und dieser ist trotz aller realistischen Ansätze eher Fantasy und das Konzept geht insgesamt auch ganz gut auf. Vor allem aber sieht der Comic toll aus, denn die Zeichnungen sind, abgesehen von einigen überzogen fiesen Fratzen, sehr gut und die Kolorierung regelrecht genial in ihren stimmungsvollen gedämpften Tönen. Jede Seite sieht absolut edel aus. Die ersten sechs Bände stellen einen in sich geschlossenen Zyklus dar und mit dem siebten fängt jetzt ein neuer Fall, möchte ich es mal nennen, an. Man kann hier also einsteigen, aber ich empfehle trotzdem, die ersten Bände zu lesen, denn auf den Hintergrund der Person wird jetzt hier nicht mehr eingegangen und vieles vorausgesetzt. Dieser neue Teil hat mir auch direkt besser gefallen als der Anfang des ersten Zyklus, weil es schneller zur Sache geht. Die Stimmung ist irgendwie ein bisschen düsterer und gefällt mir insgesamt besser, weil es nicht so abgehoben märchenhaft wirkt. Insgesamt möchte ich den Druiden eine 7,5 von zehn möglichen Punkten geben. Der neue siebte Band bekommt von mir eine glatte Acht. Das war's mit der heutigen Late Night Show. Nächste Woche sind wir wieder da und dann ist Ostern, das heißt es gibt Geschenke. Und zwar einmal von uns, denn wir werden teils Rollenspielbände, aber auch Romane und Comics an euch verlosen. Und wir beteiligen uns am Ostergewinnspiel von Get Digital, wo es auch eine Menge Nerdkram zu gewinnen geben wird. In dem Sinne, tschüss und bis da. Heils! Heils ist geil!